Die Beziehung zwischen Cheyenne Ochsenknecht und ihrem Vater Uwe ist offenbar angespannt. Bereits seit einiger Zeit wird der Kontakt zwischen Uwe Ochsenknecht und seinen Kindern weniger. Cheyenne erzählt im Interview mit Gala, dass sie ihren Vater echt wenig zu Gesicht bekomme. Sie sagt, das ist halt immer eine Sache der Prioritäten. Wenn er in seiner Freizeit lieber auf seinem Sofa auf Mallorca ist als bei uns, dann ist das so. Allerdings wisse sie auch, dass es wegen Uwes Dreharbeiten schwierig sei, gemeinsame Zeit zu finden. Doch es scheint sie dennoch zu kränken, dass ihr Vater die Familie meidet. Im Podcast Frühstück bei mir sagt sie, ich habe mittlerweile mit der Vater-Tochter-Beziehung abgeschlossen. Sie betreibt gemeinsam mit ihrem Partner Nino Sivkowitz einen Hof mit über 400 Tieren. Dafür habe ich keine Zeit, mir darüber Sorgen zu machen, erklärt die 24-Jährige. Wenn ich jetzt jeden Abend darüber nachdenken oder heulen würde, dann könnte ich mich irgendwann einweisen lassen. Mittlerweile ist es mir wurscht, zieht sie ihr Fazit. Auch Uwe Ochsenknecht äußert sich zu der kühlen Familiensituation. Er meint gegenüber demselben Magazin, dass es ganz normal sei, dass Männer keine so starke Bindung zu ihren Kindern haben. Ich glaube, dass Frauen mit ihren Mutterinstinkten und Gefühlen es schwerer finden, die Kinder loszulassen, sagt er. Sie haben, im Gegensatz zum Vater, auf eine andere Art ein emotionales Band zu den Kindern. Er betont außerdem, dass Eltern auch irgendwann mal wieder das Recht auf mehr persönliches Privatleben ohne die Kinder haben. KIONER